Okay, lass uns mal die Skorpion ausprobieren. What the fuck ist das für ne Waffe? Fuck yeah, Newton 2025. Herzlich willkommen zum heutigen Video und ich bin spät dran, Leute. Und es hat einen guten Grund, es hat einen verdammt guten Grund. Eieiei, ich komm nämlich wieder vom Weihnachtsbaumkauf, oh mein Gott. Ich war ein Weihnachtsbaumkauf. Und das hat gedauert, denn ich habe gefühlt zwei Stunden dafür gebracht, um den richtigen Baum zu finden. Ja, passiert. Deswegen übel spät heute. Für mich auch alles ist schon dunkel draußen und das ist nicht gut. Aber es ist egal, denn Black Ops 2 geht immer. So, ich würde mal sagen, wenn ich das hier ausladen würde, wäre ich dem Spiel sehr dankbar. Ja, ich dachte mir heute mal so richtig nices Live-Commentary. Ich habe so richtig vor, jetzt hier in den Duklear zu reisen und naja, ohne so halb auf jeden Fall. Können wir ein bisschen reden. Bin momentan eben ein bisschen, gerade ein bisschen angepisst auf mich selber. Vielleicht wäre ich nämlich jetzt gerade auf dem Weg nach Belgien, wenn ich einen Tag früher geschaltet hätte. Ich hätte nur einmal gucken sollen. Ich hätte einmal gucken müssen. Ich bin ein verdammter Idiot. Oh, ja, 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 es geht endlich. Oh Gott, ist das laut. Erstmal leiser machen, jetzt sagen wir, welche Waffe spielen wir denn? Wir spielen auf Newtown natürlich die MSNC. Ich liebe sie, wobei ich bringe sie immer, aber ich liebe diese Waffe. Also dann. Ja, einmal auf 8200 DPI ist in Ordnung. Okay, guter Start. Der hat ja richtig getfeiht. Oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Und dann schauke ich, als ich mich frage, was ich mache. Ich sollte mich nicht fragen, was ich mache. Ah, schon, dass ich so leise war, aber ich muss mich gerade mal echt konzentrieren hier. Ich dachte, was passiert hier gerade? Ich dachte, ich stehe jetzt einfach so 30-0 durch dieses Spiel durch. Leider hat das nicht ganz geklappt, aber dafür kann ich jetzt ja ein bisschen mit euch reden. Und mein Aim ist, also in dem Spiel, dieses Spiel gerade bestätigt das, was ich vorhabe. Ich habe das ja gestern, für die Leute, die es wissen, ich glaube, das kann geil werden, oder? Habe ich ja gestern im Video ganz am Ende hin erzählt, was ich vorhabe. Und das gerade hier bestätigt mich so heftig, dass es einfach nur nice wird. Was willst du, Alter? Irgendwann habe ich noch einen C4-Kill gemacht. Aber der hat schon 29, der eine. Schade. Aber heftig geil, was ich da gerade abgelehnt habe. Nice Sache. Ernsthaft. Richtig geil. Super geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade noch mal sagen soll. Ich habe gesagt, ich sage es nicht mehr. Deswegen, ich sage es auch einfach mal nicht mehr. Das kann man einfach mal so machen. Ist ja okay. So, ich hoffe, es kommt eine andere Map außer Neutron. Ich meine, ich liebe Neutron, aber ich will auch mal was anderes haben. Ich meine, es gibt immer so dieselben Maps, finde ich. Momentan Black Ops zwei Spiele kommen eigentlich immer dieselben Maps. Und das ist natürlich irgendwie cool, weil es dann doch die Besten sind. Aber ich möchte auch von den anderen wieder spielen. Okay, ausgenommen Aftermath. Ich glaube, Aftermath will keine Person der Welt spielen. Aber ansonsten würde ich immer ein bisschen Abwechslung haben. Ich meine, letztes Mal haben wir Plaza gespielt. Das fand ich ganz cool. Oder halt einfach, ja, sowas wie Slums haben wir jetzt letztes Mal auch einmal gespielt. Aber das kommt auch nicht so oft. Ich stimme mal für Slums. Aber irgendwie löst sich die Lobby gerade auf, weil ich einfach viel zu gut bin. Nee. Aber erst mal ernsthaft, ein paar neue Maps werden mal nice. Deswegen vielleicht könnte ich auch einfach mal für Zufall stimmen. Okay, ich stimme für Zufall. Normalerweise, ich sehe gerade, ich rede hier gerade so. Deswegen werde ich wahrscheinlich mal die Pause hier reinschneiden. Normalerweise schneide ich die Pause immer raus. Allein, weil sie ziemlich langweilig sind. Aber jetzt gerade mal. Nö. Einfach nö. Warum habe ich eigentlich noch diesen Clantick drin? Bam. Hijack. Gut, dass ich für Zufall gestimmt habe. Was spielen wir auf Hijack? Die Sky, glaube ich. Oder die AN? Habe ich eine A1? Ich habe gar keine A1. Doch, ich habe eine A1. Okay, alles nice. Jetzt spielen wir die AN 94 jetzt auf Hijack. Ich muss mich kurz einmal ready machen für diese Map. Das ist immer was Besonderes. Also Skyjacked in Black Ops 3 war ja halt nicht so geil. Aber diese Map. Das ist Kult. So eine heftige Map. Das ist schon wirklich krank. So, ich bin bereit. Vielleicht hängt sich dieses Spiel ja nicht so auf wie Black Ops 3. Oder wird es das gestern so schlimm? So, alles klar. Oh mein Gott. Und dann von beiden Seiten. Ja, was soll ich machen? Okay. Vielleicht ein bisschen konzentrieren, wenn wir da seine... Die AN, die sagt mir nicht so zu wie die Scar, glaube ich. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber natürlich ist es Geschmackssache. Aber mein Geschmack ist dann entscheidend eher Richtung Skaha. Wobei da die AN ja auch eigentlich so eine legendäre Waffe ist. Ehrlich gesagt, ja. Oh, ich liebe diese Spiele. Black Ops 2. So ein nice COD. Genau so wie MW3. Ich liebe diese beiden Spiele so heftig. Und jetzt aber immer, immer mehr drauf. Immer viele auf ein... Was soll denn der Scheiß? Warum kommen denn drei auf einmal und dann auf einmal keiner mehr? Das ist hier dreckig. Das ist nie so. Da oben ist bestimmt einer drin. Oh ja, alles klar. Den anderen noch? Nee. War mir so klar. Es war mir einfach... Es war mir einfach klar. Ich frage mich, warum ich denn doch reingerannt bin. Jetzt bin ich gerade voll überfordert. Ich renne weg hier. Schnell. LOL. Schock an A... Okay. Ich glaube, die Lobby laggt auch so ein ganz kleines bisschen hier. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Hätte der nicht gejoked, dann wäre ich so down. Okay. Das hat er nicht. Der führt auch noch... Alter, hat der schon 24 Kills? Was ist los bei dem? Nice. Overlord. Overlord. Komm. Warum ist der nicht tot? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Ich freue mich gerade auf die Zeit. Ich freue mich auf die Zeit, die bald kommt. Weihnachten steht kurz auf der Tür, Leute. Die Weihnachts-Videos sind fast vorbei. Und ja, jetzt habe ich einen Weihnachtsbaum und jetzt bin ich gerade Zweiter geworden. Warum auch immer, was jetzt gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war diese Runde lol. Natürlich könnt ihr da natürlich hacken. Ich weiß es nicht. Wie stehe ich denn die Runde? 12 zu 8. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen lächerlich. Aber das kann ich eigentlich nicht so. Ne, eine Runde geht es noch. Eine Runde können wir noch spielen. So, ich würde sagen, dieses Mal überspringen wir über diese Pause und ich besorge uns mal eine coole Map. Ich würde sagen, bis gleich. Oh yes, Stand-Off. Aber das meine ich, seht ihr? Wir haben heute gespielt Nuketown, Hijacked und Stand-Off. Was sind die drei besten Maps in Black Ops 2? Vielleicht Nuketown, Hijacked und Stand-Off. Ja, kommt hin. Das meinte ich halt so ein bisschen. Es ist ein bisschen traurig, dass man nur diese Maps... Nein, es ist nicht traurig. Es ist ja irgendwie geil, aber irgendwie... Ich glaube, ihr versteht mich gar nicht. Ich glaube, da bin ich auch irgendwie alleine mit dieser Ansicht, dass alle Mails mehr drankommen sollten. Aber jetzt werden wir auf Stand-Off. Ich weiß nicht, ob der Typ noch drin ist, der angeblich als Hacker beleidigt wurde. Oder nicht beleidigt, entlarvt wurde. Werden wir gleich sehen. Ansonsten können wir das Ding hoffentlich endlich mal gewinnen heute. Aber irgendwie gefällt mir das heutige Video bis jetzt so. Mir gefällt die Art und Weise, das Commentary heute, einfach die Situation gerade. Weißt du nicht? Keine Ahnung. Finde ich gerade irgendwie cool. So, Stand-Off. Letzte Runde für heute. Let's go. Ist ja noch dabei. Ich habe den jetzt gerade auch. Nicht gesehen sofort. Okay, aber lange tut es hauptsächlich ein bisschen. Okay. Ist der da gerade ernsthaft gespawnt? Das ist schon peinlich, dass ich denn da so ein bisschen geschlafen habe. Perfekter Ernst. Das ist... Wo? Ich habe ihn einfach nicht gesehen, wie diesen Heuballen. Okay, mindestens eine 4er KD heute, diese Runde jetzt. Das sage ich jetzt voraus. Das muss es werden. Jetzt bin ich selbst enttäuscht von mir. Wobei es halt echt ein Ticken laggt. Das ist halt schon ärgerlich so. Aber man muss damit umgehen können. Wie viel schluckt er denn? Habt ihr gesehen, wie viel das schlurrt? Nein! Ach komm. Sowas ist doch unfair. So was ist einfach unfair. Ich hätte schon viel mehr Quills haben können. Aber ohne Witz, es leckt. Zur C4 gegen das Auto da. Ich bin so halt down. Nicht ganz schön, was einfällt. Okay, das ist mir eingefallen. Ach ne. Wie müssen wir hier nochmal... Ach, ich weiß erst, dass ich das in jedem COD anders verlegt habe. Und was? Wie kann denn so ein Sporn sein? Wie kann denn so ein Sporn sein? Ernsthaft ey. Für Schockladung. Deswegen entferne ich mich mal von hier. Hab keinen Bock drauf. Okay. Den haben wir. Den haben wir auch. Okay, jetzt kommt jetzt hier einer. nein habt ihr das gesehen wovon wo kann der heavy war dann so schnell hinter uns ich habe doch gerade hingeguckt das geht gar nicht der war unsichtbar und das leckt einfach stimmt da war ja was ich ja man bei mich i remember es klingelt an meiner haustür dagegen kann ich jetzt gerade war erstmal nichts gegen tun denn ich bin in einer sogenannten aufnahme für youtube ich weiß nicht ob das das ob das klar ist aber gut dann muss die personen und erfrieren weil es winter ist ist doch gut oder wie konnte er uns holen ernsthaft kiwi im klaren tag das ist ja noch die höhe wir führen doch oder noch nicht okay dann noch mal zehn gänge hochfahren jetzt mal eben schnell ich wollte eine vierer können schaffen das geht schon gar nicht mehr weil ich hier zu viel zu kassiert haben da oben rein dann kann man sich hier einschmeißen aber ich kann heute alles auf dem lag schieben ich meine guck euch das an wie viel lang ich schießen muss bis das auch wirklich dauernd ist da haben wir noch einen also ich meine einsatz aber habt ihr gesehen wie das lag ich kann den abschießen wie ich will dass ich den einfach nicht das ist ja einfach scheißegal und das finde ich nicht gut ja mein ping ist da 215 das ist vielleicht hätte ich darauf aufgucken sollen ich spiele wahrscheinlich gerade auf dem ami server ja ich wurde gezeffiert von einem der its vortex heißt oder so das ist schon schon hart komm herr du wichser glaub ich hab angst vor dir ok lass uns für die scorpion das holen what the fuck ist das für eine waffe einfach nur stumpf ok wir liegen drei kills hinten da kommt was da war einer so oder mit der scorpion aber wir führen wir führen jetzt ganz solide das war eine coole street gerade aber es ist belastend dieser lack ist wirklich belastend weil die geht irgendwie theoretisch einfach direkt hinter die sporen gefühlt jeden fall hätte ich den bekommen ich hätte ich wäre ausgerastet ich wäre aus dem fenster gesprungen vor freude da ist das möglich was hier passiert ist magic aber auf jeden fall noch einer logischerweise kommt jetzt hier auch einer und dann noch einer okay zufällig und ich kriegen kann aber wir haben gut vorsprung bekommen ja wir gewinnen das hier nach ist das euch und das jetzt noch verlieren dann bin ich selbst schuld wieder zwei wenn ich hier nicht gespawnt ist dann ist da was gespawnt shotgun easygoing okay ich habe mich selber umgebracht indem ich zu nahem auto war aber jetzt 26 zu 19 das ist das ist jetzt alles hier im bereich des easy peasy die sie ja 27 mit 200 ping das ist mir eigentlich relativ egal da habe ich auch einen schönen titel ich gewinne mit 200 abhängen das ist natürlich nice so hier links ist einer ein bisschen hören kann man das spiel auch aber wir haben mir das nichts gebracht okay ich muss mich mal ganz kurz zusammenreißen der eine kommt mir noch mal an gerade was die kürze angehen okay nach dem 20 dann dann hat er sogar ein kinder nice eine richtig geile runde die hat nochmal spaß gemacht obwohl der leck da war und das hat man ja wirklich gemerkt ja das war wieder ein richtig geiles video heute mensch passiert halt ne auf jeden fall würde ich sagen dass es heute gewesen sein ähm das video ist wieder schön mit überlänge aber das kann ich euch auch mal können da habt ihr mal verdient jetzt hier vor allem zu weihnachten da will man das doch mal sehen oder jetzt alle so schön entspannt im entspannten modus wir sind auch kurz davor jetzt hier morgen schon freitag und dann schon samstag heiliger abend das ist der wahnsinn ja ich wünsche euch auf jeden fall eine schöne zeit ein frohes fest und naja falls wir uns morgen nicht wiedersehen muss das entscheidest ja du und ja ich werde nämlich hier sein bis dann wünsche euch einen schönen tag auf jeden fall machs gut bis dann ciao und 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 und